Am Friedrich-Schrader-Weg in Dransfeld wird gesägt. Die Eschen, die den Wanderweg zu einer Allee machen, sind nicht mehr standsicher. Mit dem sogenannten Power-Cut, einer besonderen Forstmaschine, werden die Bäume oberhalb der Astgabelung gekappt. Dank der zwei Greifarme kann Fahrzeugführer Matthias Sperling das Holz passgenau auf dem Weg ablegen. Das schont die jungen Bäumchen, die schon unter den alten herangewachsen sind. Die Eigentümer, das sind die Verkoppelungsinteressentenschaft und die Realgemeinde Dransfeld, mussten aktiv werden, weil das Eschentriebsterben den Bäumen stark zu schaffen gemacht hatte. Sie waren inzwischen so stark geschädigt, dass sie eine Gefahr für die Wanderwegbenutzer darstellten. Ursache für das Eschentriebsterben ist ein Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde, das sogenannte falsche, weiße Stängelböcherchen. Das Holz wird am Wald zwischengelagert und später zu Hackschnitzeln verarbeitet. Die natürlich nachgewachsenen jungen Bäume am Wegesrand sollen dem Wanderweg bald wieder seine Alleeanimatur zurückgeben.